hey und ganz herzlich willkommen zu diesem video heute mache ich das jahleheim champion hat mit euch zusammen und ich bin gespannt wie das heute abgeht denn ich bin schon länger nicht mehr online gewesen und ja es könnte interessant werden also ich wünsche euch ganz viel spaß beim video und dann sehen uns gleich wenn die gruppen eingeteilt sind okay okay so ich muss noch das anziehen und jetzt müsste ich eigentlich das richtige outfit haben ich weiß nicht wie lange das schon aufnimmt ich glaube ich habe einen feiten knopf gedreht aber ich habe einen guten starten erlegt das heißt schon mal etwas gutes okay da ist jemand schnell weiß ich okay aber die ist echt schnell diese dieser die hat glaube ich den mustang aus der app genau also die kennen anscheinend bessere abkürzungen als ich hier springe ich meistens ab da vorne da da werde ich so oft angehört und ich weiß nicht warum auch wenn ich die mal nicht berühre das ist ein bisschen ärgerlich hier der weiße naja fast richtig immerhin wurde ich nicht angehalten das ist so kalt in meinem zimmer das geht gar nicht so okay die sind verdammt schnell krass also mal so richtig gute championatsreiter die machen das wahrscheinlich auf jeden tag oder sie haben einfach mal eine glücksträhne was ja richtig das habe ich auch manchmal ein paar tage lang dann ein tag was mache ich denn ein tag ist richtig gut und dann der nächste ist wieder ganz furchtbar habe ich nicht immer das händchen dazu an ein champion hat gut zu reiten ja hier hätte ich ein bisschen naja weniger rummüssen okay und hier rum schaffe ich das ja oh nein die lisa die war so weit okay die dorota macht den dritten platz dann läuft dorota okay hier darf man leider nicht springen sonst also ich habe schon öfters mal versucht und ich habe nicht daran gedacht und dann wollte ich darüber springen das war aber eine sehr sehr dumme idee die dorota macht den dritten platz die hat aber gut aufgeholt ich glaube lieber ganz schön weit hinten oder relativ weit hinten aber wir haben den vierten platz gemacht immerhin so herzlichen glückwunsch an die mir bick schallt an die meinten es wort weiter und an die dorota farcake du hast dich gut nach vorne gekämpft und auch ihr beide also herzlichen glückwunsch an euch drei dann komme ich hier dann kommt die hailey wolfcake die luisa mc tellen sanna strongly caroline eis tellen chiara blue water lisa wolfright lucia disco step scarlet spider ball francesca sharknose sophie wayneight claudia haystorm leila fahrberg sonja andersen jasmin zonnok alina skywell und die cedrina panda bohn und ein bus gar nicht weiter bekommen wie viele gibt es denn 25 oh nein ihr seid alle nicht in sie auch nein okay wir brauchen ja eigentlich nichts abzuholen ich hoffe euch hat das video gefallen und bestimmt haben einige von euch hier mitgemacht herzlichen glückwunsch nochmal an euch oder hat jemand das outfit das kenne ich doch ich wünsche euch auf jeden fall noch einen wunderschönen tag und bis zum nächsten mal tschüss